Das war ein Schwan von Amosli. Die Zitanne in der Schwanbe sehbar. Jetzt sind gerade 5.7 Uhr. Es ist ein schönes Wetter. Mal schauen, ob ich heute Abend wieder die Fledermusse sehen muss. Jetzt sind wir schwalben. Heute sind sie noch höher. Ich habe das Gefühl, sie sind bei 300m. Aber jetzt ist noch ein Wetschbefall. Man sieht sie noch kaum. Man hört sie ganz leicht. Wenn man sie genau hinlässt, dann hört man sie. Jetzt ist 18.55.05.2022.